Der Prozess des Holzmengalins, der zum Teil schon eher in einem kritischen Zustand gesehen ist, verissen und vielleicht auch etwas kromm geworden ist, das wieder in eine Form zu bringen, und zwar eben über das Trocknen, über das zusätzliche Nachschneiden. Ich habe dann lange studiert, welche Art Mensch ich für so einen Prozess brauche. Und dann ist mir eben Thomas ins Heinkommen. Es ist alles da. Wir können eine riesen, wunderschöne Geschichte mitmachen. Und wenn ihr gesehen habt, dass ich heute mit meiner Raya-Karte einen Ofen entfacht habe, der irgendwo um die etwa 8 oder 9 Megawatt Leistung bringt. Also ein riesen Feuer, eine riesen Energieentwicklung. Mehr als Ingenieure brauche ich für eine genaue 3D-Planung, die den Ansprüchen genügt, für eine maschinelle Abbund-, Graz- und Trocknungsholz. Holz, das Masshaltigkeit beibehaltet. Das Konzept ist massiv Holz. Heutzutage verleimen wir alles. Aber die Mutter Natur hat eigentlich ein statisches Wunder entwickelt, und zwar einen Baum. Und diesen Baum verschneiden und damit zusammenleimen braucht es viel zu viele Arbeitsschritte dafür. Wenn wir uns hier, wo wir ja so viel Wärme haben, ein neues Tröchningsverfahren entwickelt, dann wir die Erkenntnisse, die wir aus dem haben, ein neues Denken einer Tröchningskammer, dann wir das hier, auf dem Platz, ausbauen und eben mit Massiv Holzführen arbeiten. Dann wir so wenig wie möglich Arbeitsschritte machen müssen, um an das gleiche Produkt hinzukommen oder sogar noch ein besseres. Mit den traditionellen Tröchningshöfen ist es sehr schwierig zu sehen und es hat niemand Kapazität gehabt. Und ich habe dann einmal im Internet eingegeben, Holz zu trocknen. Und dann bin ich auf die Achse gekommen. Ich habe gesehen, die haben vorige Wärme. Und der Gedanke ist oben gewesen. Ja, wenn diese vorige Wärme haben, dann müssen wir jetzt noch schauen, dass wir mit dieser Wärme irgendwie hierher bringen, dass wir irgendwie das Holz nachtrechnen können. Weil im Engadin nach diesen zwei Jahren ist natürlich noch nicht auf dem Feuchtigkeitsgrad gewesen, den wir gerne hätten. Wohin kommt meine Wärme? Die Wärme kommt von da unten raus. Von da unten? Genau. Von da unten? Von da unten. Ja, von da unten. Dann müssen wir ganz vorne anfangen. Dann müssen wir runter in den Block 2. Dann könnt ihr es dort ein bisschen neuer zeigen, wenn ich ein paar Minuten. Hast du ein paar Minuten? Ja, ja. Also, da sind wir am höchsten Teil. Warm ist es. Hier ist es auch am wärmsten in den oberen Kameras. Da haben wir eigentlich die höchsten Temperaturen hier oben. Ja, an die 1'000 Grad fast. Dann streicht es erst Holz, dann hast du Feuer, dann hast du Wasser und dann kommt der Dampf. Genau. Der Dampf geht auf die Turbine, durch die Turbine durch und kommt über das grosse Abdampfrohr eigentlich wieder raus, geht in den Kondensator runter, wird dort wieder kondensiert zu Wasser und das Wasser pumpen wir wieder zurück in den Kessel. In der Turbine entnimmst du Dampf jetzt eben für das Chemiewerk nebendran oder für die Heizung des Bandtrockners. Wenn wir mit höherer Temperatur fahren und der Rest geht bis zum Schluss der Turbine und kommt hinten als Abdampf dann wieder raus. Wenn ich nichts wegnehmen würde für das Chemiewerk nebendran, dann könnte man 22 Megawatt Strom machen. Wir reden von 20 bis 25 Tonnen Holz pro Stunde. Das sind 1,5 bis 2 Lastwagen, die pro Stunde Holz anliefern müssen. 22 Tonnen Dampf mit 60 Grad und das kondensieren wir zu Wasser. Und das ist nochmal richtige Energie. So, hier Thomas. Hier kommt deine Wärme zu dir. Jetzt steht hier eben der Kanal, wo die heisse Luft durchgeht. Hier haben wir so Schläuche mit einer feinen Düse und diese Düse spritzt gegen ihn und macht die Luft nass und befeuchtet sie. Und somit habe ich genug Feuchtigkeit im Zelt. Die Temperatur vom Holz ist hochgegangen und die Luftfeuchtigkeit ist oben runter gesackt. Also je höher mit der Temperatur, desto tiefer ist die Luftfeuchtigkeit gegangen. Und so bringen wir die Arfe oben runter. Ich hoffe, wir arbeiten jetzt auf die 10% bis 1. August. Und dann ab auf Hetzigen. Dort können wir es dann weiterverarbeiten. Wir nehmen das möglichst aus dem Wald raus, ohne dass wir es zu viel modifizieren müssen. Dass wir es möglichst in einem schmerzlosen Prozess abtrechnen können. Da müssen wir dann noch selbst und zu anderen dazulernen. So, dass man es dann mit heutiger industriellen Methoden eben so bearbeiten kann, dass die Arbeitszeit nicht mehr relevant ist. Und wenn man dann alle die Zwischenschritte ausschaltet, wo es zum Beispiel das Verlimmtholz oder die Spanplatte oder alle diese Sachen braucht, dann kommen wir dann wieder auf ähnliche Preislagen her. Und ich sehe einfach hier eine ganz grosse Zukunft. Dass das nächste Entwicklungsstück wird wahrscheinlich in diesem Wienersee. Dass wir quasi zurück zur Natur. Die Zukunft ist auf jeden Fall im Holzbau. Und darum, die abwärmenden Nutzen, die da oben sind, macht es so oder so. Ja, schön wäre, wenn man natürlich auf der Welt noch mit Holzbüter bauen kann. Nur noch mit Holzbüter. Also einen Metrapper. Einen Metrapper, ja. Mit Holzbüter. Tom Tö com Leibchen. Ja, mit Holzbüter. Matteur.